Musik So, der Tom20 schreibt, hey Chris, viel Spaß dabei bei deiner Show. Ich hoffe, du feierst genauso gerade wie ich. Verlängertes Wochenende rockt und ich wünsche mir ein Mix von Die Horde rennt. Und we are one. Der Marcel Fils in der Schreibtur, ich möchte die geilen Nade Julia grüßen. Und es wäre geil, wenn du mal der Mann mit dem Krog spielen könntest. Dir jetzt schon mal danke im Voraus. Mal schauen, ne? 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 Ja, ja, ja. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020